Wie solltest du dein Budget aufteilen, um das bestmögliche Ergebnis herausholen zu können? Darum geht's in diesem Video. Hi, ich bin Janik von Adamant Music und wenn du Künstler bist, deine Träume verwirklichen möchtest und dich für die Themen Musikmarketing, Business, Management etc. interessierst, dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Hier gibt's regelmäßig neue Videos zu genau diesen Themen, um dich in deiner Karriere voranzubringen. Wenn du es also noch nicht getan hast, dann lass doch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und jetzt ab ins Video. Zunächst will ich dir einmal einen grundsätzlichen Hinweis geben. Du als Musiker lebst aktuell in einer wirklich genialen Zeit für Künstler. Die Musikproduktion ist so günstig wie nie zuvor. Früher musstest du Zehntausende Euro zahlen, um eine Single zu produzieren. Heutzutage kannst du es theoretisch selber am Laptop machen. Es war noch nie so günstig und so einfach, die Musik selbst zu vertreiben. Früher brauchtest du ein riesiges Label mit einem großen Vertrieb im Nacken, um überhaupt deine Musik in die verschiedenen Läden zu bekommen. Heutzutage zahlst du 20 Euro im Jahr und kannst so viel Musik, wie du möchtest, auf sämtliche Plattformen hochladen. Und darüber hinaus ist Marketing und Promotion so günstig wie nie zuvor. Gerade durch Social Media oder YouTube-Ads zum Beispiel kannst du Millionen von potenziellen neuen Fans erreichen, deine Musik vermarkten und dir wirklich eine langfristige Karriere aufbauen. Also, du lebst in einer wirklich genialen Zeit als Künstler. Die Chancen sind da und man muss sie nur nutzen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Musiker falsch investieren. Zu genau diesem Thema habe ich schon mal ein Video gemacht, das kannst du dir gerne hier oben anschauen. Aber kurz zusammengefasst. Ich finde, dass Musiker viel zu viel Geld in Equipment investieren, anstatt in sich selbst. Du kennst es mit Sicherheit von dir selbst auch und ich kenne es von mir auch. Noch eine Gitarre wäre cool. Das wäre cool. Dieses Plugin wäre cool. Das Mikrofon will ich haben und so weiter. Aber brauchst du es wirklich? In der Regel nicht. In der Regel ist es einfach nur eine Spielerei, die du einfach haben möchtest. Aber wirklich deinen Sound oder dich als Künstler weiterbringen, das passiert durch so einen Kauf eher selten. Natürlich brauchst du als Musiker eine gewisse Grundausstattung. Deine Instrumente, irgendwelche Sachen, die du für Live-Konzerte oder für Aufnahmen brauchst und so weiter. Das ist keine Frage und das ist auch völlig in Ordnung, wenn du dir das kaufst. Aber wenn du dir zum Beispiel die vierte Gitarre kaufen willst, dann stell dir einmal vor dem Kauf kurz die Frage, brauche ich das wirklich und bringt mich das entsprechend in meiner Karriere als Musiker weiter? Wenn du Musik einfach nur als Hobby machen willst, dann kauf. Kein Problem. Aber wenn du dir da wirklich eine Karriere aufbauen möchtest, dann musst du hier ein bisschen umdenken. Versuch aus deinem aktuellen Equipment erstmal das Maximum rauszuholen und wirklich an die Grenzen zu kommen. Wenn du dann mal irgendwie an eine Grenze stößt, dann kannst du natürlich upgraden, um entsprechend dich weiterzuentwickeln. Das solltest du auch. Aber bis du wirklich das Maximum aus deinem Equipment rausgeholt hast, würde ich dir eine andere Strategie empfehlen. Mit der 50-50-Regel kannst du dein Geld nämlich deutlich besser einsetzen. Ganz einfach, was sagt diese 50-50-Regel? 50% investierst du in deine Kunst und 50% in deine Karriere. Die 50% in Kunst beinhalten zum Beispiel Produktionskosten, Studiozeit, Musikvideodrehs, dann eben natürlich auch nötiges Equipment und so weiter. Alles, was du für die Produktion und Erschaffung deiner Kunst sozusagen brauchst, das fällt in diesen Topf. In den anderen Topf, in die 50% für deine Karriere, da fällt rein Marketing, Werbeanzeigen, allgemein Promotion wie zum Beispiel Playlist-Pitching. Und darüber hinaus solltest du in dich investieren, also zum Beispiel in dein Wissen oder auch in externe Unterstützung. Zu dieser externen Unterstützung zählen zum Beispiel Freelancer wie ein Grafikdesigner, der dir ein Logo baut oder der dir ein Artwork designt. Oder auch Fotografen oder Videografen, die dich bei einem Konzert begleiten, neue Bandfotos machen etc. Alles, was irgendwie darunter fällt, um dich als Künstler nach außen hin besser zu präsentieren und dich zu vermarkten, fällt in diesen Topf. Außerdem zählt natürlich zu dieser externen Unterstützung auch Coaching, Beratungen, irgendwelche Workshops, die dich entsprechend weiterbringen. Was hat das Ganze dann eigentlich für Vorteile, wenn du dein Budget entsprechend 50-50, Kunstkarriere aufteilst? Letztendlich der größte Vorteil, deine Musik wird überhaupt gehört. Ich sehe es leider viel zu oft, dass Musiker unglaublich viel Geld, Herzblut und Zeit in den Song investieren, den dann einfach so hochladen und nichts passiert. Nicht mal die 1000 Streams werden geknackt, das Musikvideo dümpelt irgendwo bei 200 Klicks rum und niemand nimmt den Song so richtig wahr. Das ist einfach schade und deine Musik hat definitiv mehr verdient. Wenn du also irgendwo Geld einsparen kannst und das wirklich in die Reichweite investieren kannst, dass dein Song überhaupt gehört wird, dann bist du schon mal einen großen Schritt weiter. Außerdem wächst dadurch natürlich auch deine Fanbase deutlich schneller. Du als Künstler kannst dich deutlich besser aufbauen, kannst schneller wachsen und entsprechend kommst deutlich schneller deinen Zielen näher. Und dadurch, dass du mehr Reichweite und Fans aufbaust, wächst natürlich auch dein Einkommen. Je mehr Fans du hast, desto mehr Leute streamen deine Musik, kaufen dein Merch, kommen auf deine Konzerte und so weiter. Deswegen wachsen natürlich deine Einnahmen, die du dann wiederum reinvestieren kannst, um noch schneller zu wachsen. So nimmt das Ganze entsprechend exponentiell langsam immer weiter Fahrt auf. Wenn du jetzt in deine Karriere investieren möchtest und so richtig durchstarten willst, dann werde unbedingt Teil des Artist Launch. Mit diesem Projekt wollen wir Musiker nächstes Jahr auf ein neues Level heben. Wir wollen eine Bewegung und Community aufbauen, wo sich jeder gegenseitig unterstützt und wo man gemeinsam wächst. In diesem Artist Launch gibt es verschiedenste digitale Produkte, die dich weiterbringen, individuelles Coaching, Q&A Sessions und vieles mehr. Also wenn du dich dafür interessierst, deine Träume zu verwirklichen und richtig voranzukommen, dann klick unten in der Videobeschreibung unbedingt auf den ersten Link und sei mit dabei. Und wie stehst du zu dieser 50-50-Regel? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, dann lass doch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Ciao!